So, hallo an alle zur nächsten Folge von Megaprojekt, in der letzten Folge war mal wieder ein bisschen lang, vergessen auf die Uhr zu gucken, knappe 20 Minuten und wir sind vorwärts gekommen, wir haben hier unten erstmal grob das Ding so eingerichtet und Chaos haben wir auch und ja, fürs erste gehe ich leider nochmal durch und man klopft es so hart zur Seite raus, ich check es nicht. Das hier kann eigentlich, eigentlich kann es weg und wir setzen hier oben die Void Pipe dran und alles was wir nicht brauchen, lassen wir einfach drum rein fließen. So, was wir nicht brauchen ist unter anderem Leder Erde oder sowas und dafür Erde kommt zu weiß. Iron Dust, brauche ich das? Ich behalte es mal. Roast Chicken brauchen wir nicht. Soul Sand würde ich, warum wir das, warum wir das nicht? Eher nicht, komm, egal. Holz, die ganzen Tools, ne? ganzen Tools, das geht schon mal nicht. Übrigens jetzt, wo wir gerade schon dabei sind, hier kann ich jetzt wieder eigentlich anschließen, denn, Moment, jetzt haben wir ja so, sind wir gerade dabei das Wichtigste auszusortieren. Das kann raus, äh, das kann erstmal raus. So, Golderz, wo tun wir das denn mal rein? Machen wir so, dass Golderz einfach hier in, boah, in, 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 in grün reinkommt. Golderz. Golderz kommt in, grün rein. Ähm, das hier war Tindust. Tindust. Tindust, bla und blub, kommt irgendwo rein. Dears haben wir noch. Was brauchen wir denn sonst nicht? Wooden Shovel. Kommt auch in weiß rein. Ähm, Wooden Hohe. Kommt da rein. Leder vielleicht noch. Ist irgendwie die Bus Battery, ich weiß nicht, zwangst so viel, man die braucht. Ist nicht immer noch Zeug runtergeploppt, viel. Ne, geht. Geht, geht, geht. So. Dears auf jeden Fall werden eingesammelt. Hier, die Holzer in der Schaufel irgendwo, schon rein. Ja, geht. So, Holzer in der Schaufel. Soulcent habe ich festgelegt. Erde habe ich festgelegt. Deer konnte ich hoffentlich jetzt einsammeln. Ja. Deer kommt hier in grün rein. Ähm. Golddust kommt hier rein. So, und in der nächsten hier könnte Eisen, oder könnten wir Eisen rein tun. Also auch wieder in grün, kommt Eisen rein. Also Eisenerz. Minecarts oder sowas. I'm walking down the road, let's travel. Minecarts oder sowas. Warte kurz. Netherrack gibt's auch. Und Leder gibt's auch. Leder. Leder. Äh. Gras noch. Also kommen wir weg. Cakes natürlich auch wieder weg. Die Frage ist die, wir bräuchten vielleicht noch eine zweite Voidpipe. Cakes brauchen wir nicht. Raw Chicken haben wir hier. Cakes haben wir festgelegt. Leder haben festgelegt. Die Hole haben wir festgelegt. Iron Dust fehlt noch. Könnten wir noch mal durchlassen. So zum Beispiel. Das canned food. Das könnten wir zum Beispiel hier hinten raus tun. Canned food. Dann wird das hier eingesammelt. Holzspitzhacke. Habe ich nicht noch mehr Voidpipes irgendwo übrig? Haben wir die gemacht? Void Transport Pipe. Void. Void Transport Pipe. Inksec. Ja doch, da habe ich noch mehr. Redstone, Glas und ein Inksec. Und die Frage ist, wo habe ich die? Hier waren sie nicht. Hier waren sie auch nicht. Irgendwo müssen die oben rumgammeln. Weil ich habe ja noch mehr gehabt. Void. Irgendwas. Ne. Ne. Ich gehe einfach so mal durch jetzt. Ne. Ja, sowieso nicht eigentlich. Auch nichts mit Void. Auch nichts mit Void. Nichts. Ich habe doch sieben Stück. Äh, Quatsch. Acht Stück hergestellt. Aber wofür habe ich denn die anderen verwendet? Äh, kannst du vergessen. Ne, hier ist der nicht drin. Machen wir es halt anders. Ich brauche sowieso eigentlich nur eins. Dann Glas habe ich eigentlich, oder? Redstone habe ich auch. Und das Zombie Brain. Kann hier raus. Wo habe ich die denn? Hier wahrscheinlich. Zombie Brains. So. Boah. Okay, dann nochmal. Wie sieht es aus? Mittlerweile Zeug, alles rausgeloppt. So, hier. Es wird nicht alles mit aufgesnackt. Es ist irgendwie doof. Es wird nicht alles mit aufgesackt. Obwohl das direkt davor liegt. Ich sollte das Zeug einfach mal eins nach vorne verlegen oder so. Ja. Transportpipe. Das weg. Sollte wohl auch so gehen, aber... Ich mache lieber mal noch ein Dings dran. So. Cobble. Dann die Wooden Pipe. Ich weiß nicht, woher ich kriege. Minecarts fehlen noch. Das ist so ein Durcheinander gerade im Moment. Nach Weiß können Minecarts rein. Pumpkins. So. Können hier Dias und Gold Dust eigentlich hin oder so. Gravel gibt es noch. Der Gravel, der kann dann eigentlich auch hier zu Weiß raus. Das wird auch sortiert hier. So. Da kommt das noch hin. Bones oder irgendwas. Falls es das noch gibt. Schleimbälle können auch noch zu Weiß. Steinbälle zu Weiß. Goldene Kronen zu Weiß. Also die Goldhelme. Iron Dust. Das müssen wir hier rein düsen. Muss die Kisten eh nochmal abbauen und ja, die Items dann raushauen. So. Ich will natürlich jetzt nicht, dass hier die ganzen wichtigen Sachen verschwinden. Nee. 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 Nein. 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 So viel Schrott. Das ist richtig jetzt. Nein. 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 Ein Schalter wäre nett. Der liegt da. Okay. Und die Holzpipe. So. Geht doch. Den da. Seidien Pipe hier. Ich hoffe mal, das nimmt jetzt. Ja. Geht auch so. Aber um die Radie zu vergrößern, versuche ich nochmal hier so eine Engine dran zu pappen. Einfach eine Engine dran pappen. Komm schon. Oh, wie das laggt. Liegt aber nicht an mir. So. Dann hätten wir das schon mal. Done. Zombie Fleisch. Gibt es hier auch hier raus? Das ist schlecht. Zombie Fleisch zu weiß. Normales Steak. Dann haben wir mal zu weiß. Aber die kann ich auch wieder abbauen hier. Das ist schlecht. Wir machen nämlich gerade mal. Aus weiterem Glas. Wo ich weiß, wo oben haben wir noch irgendwas. Glas. Dann halt nicht. Aus Glas machen wir jetzt nochmal weitere Voidpipes. Redstone Dings plus Inksack. Acht Voidpipes. So. Ich wurde ja dazu gezwungen, nochmal neue zu machen. Sieht total des Chaos aus. Aber ich wollte es nebenbei laufen lassen. So. Das kommt drauf. Das kommt drauf. Ähm. Ja. Sollte jetzt so gehen, dass jedes Item auch rausgeploppt wird. Kann ich ja gleich nochmal testen dann. Ähm. Ja. So. Das geht dann größtenteils weiter durch. Was will ich denn alles auffangen noch? Holzschwerter müssen noch rausgehauen werden. Plant Balls. Die könnte ich. Ja. Meine Wege. Die Plant Balls sind ja auch nochmal mit raus. Die Holzschwerter kommen zu weiß. Brauchen wir nicht. Kolders brauchen wir auch nicht. Cooked Porkchop brauchen wir glaube ich auch nicht. Ähm. Netherrack brauchen wir nicht. Kupfer könnten wir noch einsammeln. Das ist ja so ein Chaos und Schrott hier. Das baut die nochmal ab und gleichzeitig setzt sie dann wieder dran. Damit nehme ich die Items da dingsen und so. Emeralds liegt hier. Die brauchen wir. Also zum weiteren Verlauf dann. Kupfer haben wir. Emeralds bitte. Liegt dann auf dem Boden. Ich seh den. Oder ich weiß dass der da ist. Da ist ein Emerald. Den können wir auch noch mit reintun. Zu. Dings. So. Dann nochmal neue Kisten dran setzen. Denke ich jedenfalls mal. Wir machen das am besten. Kobbelpipes. Habe ich noch ein paar. Nein auch nicht. Habe ich keine vernünftigen normalen Kobbelpipes. Der wurde weggeworfen. Oh Gott. Ich brauche nämlich noch wieder mal ein paar mehr. Immer das was du brauchst. Hast du nett. Das sind wir da immer so voll. Normale Kobbelpipes. Im Austausch für Gravel. So. Dann kann ich das noch wieder verlängern nach vorne. Später mal vielleicht. So. Normale Kobbelpipes dann. Ne. Den da. Den da. Den da. Ja. Sieg gerade ein bisschen. Ne. Das geht aber auch nicht. Es ist wenig Platz dazwischen. Ein Scheiß. Dann halt nicht. So. Dann müssen wir jetzt eigentlich das Zeug fähren. Das halber. Ich habe noch keinen Kupfer. Kupfer kommt da hin. Zinn oder irgendwas müssen wir auch noch irgendwie kriegen. Hier ist Tin drin. Federn müssen raus. Habe ich nicht eingestellt. Äpfel. Äpfel tun wir auch mal raus. Hm. Ich glaube es am besten gleich hier so rein. Damit es entsorgt wird. Federn kommen raus. So. Zum Beispiel. Ich hoffe ich habe bald irgendwas irgendwie alles irgendwo abgedeckt dann. Single-Use-Batteries tue ich mal da rein. Mal gucken was die machen. Vielleicht brauchen die irgendwie. Und ja. So. Leather. Golde Kronen. Emerald. Minecarts. Pumpkins. Das. Stehe ich drin? Ich hoffe es mal. Ähm. Glossern. Das brauchen wir gleich noch. Rubber brauchen wir auch gleich noch. Ich glaube Cooked Porkchuff haben wir. Das kann ich raus. Das kann ich raus. Plant Fall. Minecarts. Minecart. Und Apfel. Das wird nicht ganz eingesaugt. Naja. So. Hier ist so halb und halb. Glowstone hätte ich gesagt. Oh komm. Tun wir da noch mal rein. Das heißt hier müsste Gold drin landen. Dias müsste drin landen. Schilder kommen auch noch weg. Dann haben wir erstmal so ganz grob einsortiert. Seins kommen weg. Okay. Was liegt hier noch? Eine Fackel. Ähm. Ja. Goldust. Klaus und Dust. Porkchub. Rubber. Aussortieren. Bones habe ich auch schon aussortiert. Hoffe ich mal. Aber Bones. Copper. Das Ding hier. Die Hole wieder. Und Selbstmord 7. Ich mache jetzt hier erstmal so. Damit hier alles fertig ist. Und dann. Seins. Schwerter. Federn. Das. Und Nether Wreck habe ich mal nicht aussortiert. Soweit ich weiß. So ein Nether Wreck. Schwerter. Eisen habe ich auch noch im Inventar. So. Und in der Hoffnung wird was. Genau. Bisschen Plant Balls. Batteries gleich noch. Und bla. Tint fehlt noch. Und hoffen. Das sammle ich gleich noch ein. Kein Plan von was die Batterien sein sollen. So zum Beispiel. Genau. Und wieder. Den nochmal. Den. Den. Und den. Und den. Ich glaube das Cooked Steak. Das tue ich nochmal. Cooked Steak tue ich nochmal hier rein. Einfach so etwas haben. Ist ja egal. Auch wenn da schon Essen. Und was auch immer reinkommt. So. Jetzt müssen die Alten hier verschwunden sein. Und die Anlage müsste grob funktionieren. Hä. Was für ein Kampf. So. Kann ich jetzt mal das Zeug raus tun. Jetzt teste ich es nochmal mit dem Durchlauf von ein paar von den Dingern. Das brauche ich gleich noch. Wegen den Project Tables. Habe ich nicht vergessen. Nein. Und jetzt brauche ich erstmal die leeren. Äh Quatsch. Die Scrap Boxen. Dann gucken wir mal ob das klappt. So. Auf Scrap Boxen waren Teils noch hier drin. Genau. Mal so vier Stacks mit. So. Jetzt gucken wir uns das Ganze mal an. Beziehungsweise. Das Ergebnis der Katastrophe. Seht ihr im nächsten Part. Dank fürs Zuschauen. Und tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.